Transdermale Applikation, TDA, ist das erste Therapiesystem, das Anti-Aging-Aktivstoffe schmerzfrei in die tiefsten Hautschichten transportiert. Nur 9 Minuten und 44 Sekunden Behandlungszeit im Kosmetikinstitut reichen aus, um die Zellerneuerung sichtbar anzuregen. Die Haut ist sehr schwer passierbar für fast alchemische Stoffe. Es ist uns gelungen, das TDA-Verfahren zu entwickeln, das ermöglicht, schmerzenfrei und nebenwirkungsfrei aktive Stoffe durch die Haut zu aktiven Zellen zu bringen. Wir haben mehrere Studien geführt und wir haben wunderbare Ergebnisse und bei mir haben wir jetzt die Möglichkeit zu richtigen Anti-Aging-Verfahren. Die Behandlung verläuft ohne direkten Hautkontakt. Im TDA-Applikator wird die mit Aktivstoffen angereicherte TDA-Trägersubstanz mit reinem Sauerstoff zu Mikroeinheiten kombiniert. Präzisionsgetaktet werden diese in Überschallgeschwindigkeit auf die Haut aufgetragen. TDA öffnet die oberen Hautschichten und schafft so ein Einfallstor für die Hautdurchwanderung von zum Beispiel tiefenaktiver Hyaluronsäure bis in die tiefe Dermis. Schon nach wenigen Behandlungen entstehen Depots, die die Zellteilung und Hautregeneration nachhaltig anregen. TDA umfasst Anwendungsprogramme für alle Hauttypen und Altersphasen.